Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Schweinekottelett mit Knoblauchsoße. Knoblauchfans werden diese Schweinekotteletts mit Knoblauchsoße bestimmt sofort mögen, aber auch Skeptiker kann man dadurch überzeugen. Passt eigentlich zu jedem Anlass. Das Titelfoto zeigt zwei Schweinekammkotteletts unmittelbar nach der Entnahme aus der Pfanne. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 3 Esslöffel Pflanzenöl, 4 Schweinekotteletts, 250 ml Schlagsahne, 2 Knoblauchzehen, 2 Esslöffel gehackte glatte Petersilie, frisch gemahlener, weißer oder schwarzer Pfeffer, Meersalz oder grobes Salz aus der Mühle. Folgende Utensilien werden benötigt. Pfanne, feuerfeste Auflaufform, Aluminiumfolie. Zubereitung Öl in einer Pfanne erhitzen. In der Pfanne 8 bis 10 Minuten auf beiden Seiten braten. Jetzt erst, Koteletts mit Salz und Pfeffer, nach Belieben, würzen. Danach in einer feuerfesten Form mit Aluminiumfolie bedeckt warm halten, dies ist nur ein Vorschlag und kann selbstverständlich auch anders gemacht werden. Sahne in die Bratpfanne rühren und dazu den ausgepressten Knoblauchsaft 10 Minuten unter Rühren kochen. Soße mit Salz und Pfeffer abschmecken und die Petersilie einrühren. Über die warmen Koteletts in der Form gießen und servieren. Als Beilagen eignen sich Grüne Bohnen mit Zwiebelschmelze Roh gebratene Kartoffelscheiben, zum Beispiel Bratkartoffeln von rohen Kartoffeln oder im Ofen gebackene Kartoffeln. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Beilagen Kостeletts Kosteletts иях Kosteletts Kosteletts Oklahoma Kosteletts